willkommen zu meinem neuen video ich freue mich dass sie eingeschaltet haben ja immer noch hier in alter frische vor der wunderbaren kulisse es geht ja nicht so sehr um die kulisse es geht vor allen dingen um den inhalt um das was gesagt wird und es gibt ja auch etwas vertrautes für mich ist es auf jeden fall ein grund immer wieder auch diese kulisse auszusuchen eine zuschauerin hatte einen ziemlich ausführlichen kommentar geschrieben und hatte auch um eine antwort gebeten und ich habe gesagt ich mache die antwort oder ich gebe die antwort auch anhand eines videos und sie hat um eine antwort gebeten weil sie gesagt hat um in ihrem umfeld und auch im umfeld in der stadt wenn sie in die stadt geht oder so habe ich es zumindest verstanden wenn sie unterwegs ist würde ihr auffallen dass immer mehr menschen ja immer vielleicht sogar negativer sind vielleicht sogar depressiv und dass sie sich auch große sorgen macht um die zukunft und wie sie damit umgehen kann nun hier auf diesem kanal ist wirklich der einzige inhalt der einzige inhalt ist der dass wir uns gegenseitig auch darauf vorbereiten wie wir mit der sich ganz schnell und ganz stark verändernden umwelt umgehen können und auch mit der ganz stark und ganz schnell sich verändernden situation die natürlich auch weltweit da ist wir können uns die täglichen nachrichten anschauen wir können uns auch die vielen vielen informationen anschauen die uns von unterschiedlichen ganz wunderbaren medien präsentiert werden und wir kriegen dann natürlich auch ganz schnell das gefühl hilfe ja ein hilfesuchen ein ein gefühl von hilfe was passiert hier gerade was passiert hier gerade nichts von dem was hier gerade passiert was schon passiert ist und was jetzt in diesem moment passiert nichts von dem ist nicht geplant ja wir glauben dass wir alles planen können aber es gibt natürlich unsere ganz große unendliche kraft der schöpfer der dahinter steht der alles alles zulässt und wenn wir uns die alten ganz alten schriften anschauen dann sehen wir dass es auch alles darin beschrieben wird genauso wie kann das sein dass es alles doch so passiert wie es in den alten schriften geschrieben steht und wir uns nicht darauf vorbereitet haben oder nicht versucht haben etwas zu ändern weil wir menschen sind weil wir seelen sind in einem menschlichen körper weil wir einen freien willen haben und weil wir unsere aufgaben zu erfüllen haben hier für euch nochmal gesagt auch zu diesem gefühl alles wird noch schlimmer alles wird noch schrecklicher wir müssen dinge tun die wir nicht tun wollen und ich bleibe dabei und ich wiederhole es ich wiederhole es fast naja nicht in jedem video aber ich habe es vor jahren auch schon gesagt es wird keinen es wird keinen zwang geben es wird keine verpflichtung geben niemand kann mich zu irgendetwas zwingen was ich nicht tun will ich habe einen freien willen da sind wir bei dem knackpunkt es geht um unseren freien willen einzig und alleine um den freien willen und viele werden sagen ja aber ich habe keine andere wahl ich höre menschen um mich herum die immer wieder sagen ja ich habe keine andere wahl ich hatte keine andere wahl selbstverständlich haben wir eine wahl wenn ich einen freien willen habe dann habe ich auch immer eine wahl solange ich einen freien willen habe der verbunden ist auch mit einer möglichkeit eine entscheidung zu treffen solange ich das kann dafür sind wir hier und solange habe ich eine wahl ja und da sind wir bei unserem knackpunkt also wo wir gerade darüber gesprochen haben der freie wille in dem augenblick wo uns bewusst ist dass wir eine einzige seele sind dass wir alle aus einer nicht eine einzige seele doch letztendlich ja letztendlich wir kommen alle aus der gleichen quelle wenn wir uns darüber bewusst wären dass es nicht gegeneinander ist sondern ein miteinander auch die allerbösesten hier auf dieser erde sitzen mit uns in der gleichen quelle kommen aus der gleichen quelle es gibt manchmal menschen krieg ich interessanterweise immer öfter jetzt auch zugeschickt von meinem ganz lieben zuschauer bernhard die nahtoderfahrungen sie berichten alle über die gleiche situation sie berichten alle ausnahmslos über die situation dass ihnen erst da bewusst geworden ist was es bedeutet einem anderen menschen schaden zuzufügen was es bedeutet mein ego voranzustellen und für mich nur das beste zu wollen wenn ich mir darüber bewusst bin dass das wenn ich für mich das beste will dass das vor allen dingen das beste ist für andere und dann auch das beste für mich wenn ich mir darüber bewusst bin wie stark ich bin ohne über andere herzuziehen ohne auf andere böse zu sein natürlich heißt es nicht und da sind wir wieder bei diesem punkt natürlich heißt es nicht dass ich alles gutheißen muss ganz im gegenteil es heißt dass ich stark bin dass ich nein sagen kann dass ich das tue wovon ich überzeugt bin dass es richtig ist wenn ich das richtige tue wenn ich davon überzeugt bin dass das das richtige ist was ich tue nicht aus meinem ego heraus sondern aus der situation heraus dass das das beste ist für die welt und damit auch für das universum und das auch das beste ist für meine seele weil meine seele hier ist um zu wachsen wir haben und wir werden auch die möglichkeit haben immer nein zu sagen immer den freien willen zu behalten immer immer es gibt keine andere situation und das ist auch der grund weshalb gerade so viele menschen ja psychische probleme haben was die was die zuschauerin auch geschrieben hat oder sogar noch schlimmeres es hängt damit zusammen dass sehr sehr viele menschen sich treiben lassen dass sie das gefühl haben dass sie nicht sagen können nicht tun können was sie wollen die seele ja die seele ist mehr oder weniger sie für die seele fühlt sich mehr oder weniger an einem toten punkt angelangt und das hängt einzig und alleine damit zusammen dass die meisten menschen sich nicht trauen keine lust dazu haben sich angst davor haben ja angst ist unser allergrößter feind dass nicht das nicht der weg eingeschlagen wird den die seele einschlagen möchte dass angst davor ist dinge zu sagen ja und das heißt nicht über andere herzuziehen das heißt doch nicht böse zu werden also böse zu werden dadurch dass ich dinge zerstöre ganz im gegenteil es heißt ganz genau hinschauen ganz genau hinschauen und auch aus dieser situation heraus mich nicht so sehr ablenken zu lassen von all den vielen ablenkungen die wir haben ich glaube es gab noch nie eine zeit in der menschheit wo die menschen so viele ablenkungs möglichkeiten hatten wie heute die ablenkungs möglichkeiten sind gigantisch sie sind im alltag überall da und in dem augenblick wo ich mich ablenken lasse und meine eigenen grenzen nicht setzen kann wo ich mich unwohl fühle wo ich spüre meine seele will mir was sagen ich will etwas tun und ich tue es da nicht und stattdessen gehe ich in ein fast food restaurant und hole mir irgendein fast food essen was mich niemals glücklich machen wird weil da zutaten drin sind ich will jetzt hier absolut nichts negatives sagen aber naja also auf jeden fall wenn ich glücklich sein möchte dann muss ich wirklich dafür sorgen dass es meiner seele gut geht und der geht es gut vor allen dingen auch wenn ich mich um meinen körper kümmere wenn ich weiß mein körper möchte etwas gutes ja wenn ich meinem körper etwas gutes tue wenn ich statt ins kaufhaus mich abzulenken ja mit vielen dingen die ich heute ganz preiswert über alle stehen kann was auch eine zuschauerin geschrieben hatte wo ich auch absolut ihrer meinung bin ja es wird viel zu viel produziert wenn ich stattdessen in den wald hinein gehe mir die bäume anschaue oder auch ein spaziergang mache mache in der stadt kann auch interessant sein weil wirklich nach oben schaue auf die allerobersten etagen der häuser und die häuser mal genau anzugucken macht auch spaß ist wunderschön viele städte sind unglaublich interessant wenn ich genau hinschaue ganz genau hinschauen ganz genau hinschauen warum fühle ich mich so was ist der grund und wie kann ich es ändern was kann ich für mich tun und das noch mal und ich werde es auch noch oft wiederholen die lösung kommt niemals von außen nie die lösung ist immer in mir drin wir glauben dass wir die lösung immer von außen herbeiführen können ja wenn das geregelt wäre würde es mir gut gehen wenn das geregelt wäre würde es mir noch besser gehen wenn ich das geregelt habe dann geht es mir gut es ist ein lauf in einem hamsterrad wenn wir so denken das ändert sich nicht die lösung ist einzig und alleine in mir mit allen herausforderungen die ich habe große herausforderungen bekommen wir immer um zu wachsen ja deswegen gerade ist eine zeit des ganz großen wachstums der ganz großen bewusstseins erweiterung die ist da die meisten sehen es nur nicht weil sie mit geschlossenen augen blind taub und absolut nicht in der lage irgendetwas zu sehen geschweige denn zu verstehen dass sie nicht bereit sind nicht in der lage sind aber auch nicht bereit dazu sind mal genauer hinzuschauen wenn ich genau hin schaue dann sehe ich was los ist und dann weiß ich auch wenn ich genau hin schaue weiß ich dass die lösung einzig und alleine in mir ist ich kann in der allerschlimmsten schwierigsten situation sein die ich mir vorstellen kann und kann trotzdem glücklich sein und kann trotzdem lachen und einige sagen wie schaffst du es so zu lachen wie schaffst du es so glücklich zu sein weil ich weiß die lösung ist nur in mir und wenn ich das ausstrahle ja dann strahle ich das auch dann ist das wie ein boomerang das was ich ausstrahle das bekomme ich auch zurück und je mehr ich das praktiziere desto wunderbarer wird mein leben auch oder vielleicht sogar gerade dank der vielen vielen herausforderungen und der großen veränderungen die wir gerade haben lasst euch keine angst einreden es ist teil dieses großen schauspiels es gibt keinen grund es gibt keinen grund denn das hier ist ein spiel ein theaterstück welches bald zu ende ist und dann haben wir den vorhang der feld aber wenn das theaterstück zu ende ist bedeutet das nicht dass das leben meiner seele zu ende ist ganz im gegenteil ganz im gegenteil aus diesem bewusstsein heraus sollten wir handeln dann hätten wir ein wunderbares leben ich danke euch dass ihr bis zum schluss zugehört habt und ich wünsche euch einen wunderschönen tag danke